Fuck ey Leute, kennt ihr das? Wenn man richtig dringend auf Toilette muss und dann kommt man an und auf einmal muss man nicht mehr und denkt sich so Scheiße man, scheiße ich musste doch eben noch jetzt bin ich hier und dann muss ich nicht oder was? Und dann machst du deine scheiß Dreckskamera an weil du ein dämliches Toiletten-Talk-Video machen willst über deine mistliche Lage und was passiert? Auf einmal musst du auf Toilette. Da musst du wieder oder auf... Jetzt mach ich gerade dieses dämliche Video und muss halt übelst pissen. Was soll denn das? Okay, jetzt mach ich aus und ich sage euch Ich sage euch, wenn ich jetzt ausmache ich muss auf einmal nicht mehr auf die Toilette oder was? Das ist doch scheiße. Überall ist... Also das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Kann mir das einer erklären bitte mal in den Kommentaren?